ich habe ein sehr schönes outfit hallo schatz direkt hier an den jet warum konntest du schon laufen ich konnte noch gar nicht laufen bei mir kam noch die drehanimation die da hinten bewegen sie auch nicht doch jetzt der eine siehst du dieses portal oben im jahr ist es weil da kommt ein zombie rechts neben mir hinten darin der bilderung der andere johnny verheiratet dass man ein bisschen weitermachen wenn es geht alle den zombie geblendet voll teamwork da kommt da kommt da kommt da kommt da rechts hier hinten rechts ist noch ein gen erst mal totem erst mal eine kirche aber das brennt nicht war richtig gut der eine hat ihn abgelenkt der andere hat den zombie geblendet war mega geil mega geiles teamplay eine fräsbox und was ist das hinter mir war was denn auf der anderen seite der map ist jetzt dieses ding zum abgeben sehr ungünstig bleibt immer dran kannst du das hier sabotieren den haken ich habe nichts zum sabotieren erhebt ihn auf er geht auf jeden fall nicht hier rein oder doch oh er verfolgt euch ich mach mal den jen weiter er ist hinter mir hier Pech gehabt daneben du Lappenbär du weißt ja wo der jen ist wenn du ihn abspielen willst kommst du zu mir aber er hat schon wieder daneben gehauen oh oh der zombie langsam angeschissen oh entschuldige bring ihn mit zu mir nee zu der anderen tante oh pst geh weg er hat von mir abgelassen er hat mir zombie gekillt mit dem brett hä irgendwie ist er wieder bei mir ah nee er ist drin in dem haus und macht da irgendwas kaputt muss ich da irgendwas drücken wenn ich die punkte abgebe äh ja r1 machen die anderen auch gens ne die sind grad bei mir ich hab den einen grad geheilt boah seien gar nicht ist immer noch kacke ja ich ruckel voll mh ich auch ach man wird dann schneller oder was wenn man das abgibt ja kurzzeitig kurzzeitig ah ja will denn jetzt ist der bums zombie von mir so ein scheiß internet also es wäre schon cool wenn wir auch einen jen machen würden ich war gerade an jen aber hier war ein zombie also ich bin draußen ich bin rechts neben dir du läufst an mir vorbei rechts ja da nee rechts du trittst wo davor da jawoll da bin ich da bin ich da bin ich da bin ich voll mit schlossenergie dann siehst du eigentlich wo das abgeht warum passiert dir das kratz so häufig weil ich nicht aufpasse weil ich gucke wo der strallt sich dann öffnet ah da links neben mir so bitteschön zieh durch gib mal meine schlossbärts ab man könnte auch erst ein bisschen durchziehen so ich bin voll geschloss alter das gibt richtig viele punkte und jetzt hole ich mir noch die restlichen punkte für den fertigen jen ja und jetzt das ist ein zombie das ist auch schnell der blüfe er kommt er rennt er mir vorbei der ist voll schlecht oder er rennt da draußen rum er hat keinen bock auf mich er ist gut er macht irgendwie gar nichts komm wir ziehen jetzt hier durch da bist du an einem jen irgendwo ja wir machen ja gerade fertig ich seh dich komm doch zu dir ich bin nicht an einem jen komm komm warum machen wir nicht ein jen da hinten war ein jen wo du bist da ist ein jen du stehst genau vor dem jen oh oh er macht gar nichts hat mich nicht gesehen hat mich nicht gesehen der will dich irgendwie nicht der will mir dieselbe der verfolgt jetzt konsequent den anderen da ja wir können hier durchziehen ja das ist doch gut naja das ist später aber nicht gut ja ich bin auch manchmal so fixiert ist so lange der andere nicht ein totem habe ich zerstört ja hinter uns ist ja direkt ein Tor so jetzt sind wir zu dritt dran geh schon mal zum Tor Schatz wir heilen die mal schnell geht nicht ich mach fertig geht nicht ja weil er gleich zu uns kommt I save him okay hier ist ein Fenster wo ich nicht durch kann natürlich hat er nöt durch das Fenster kann man nicht durch hier oder was warum denn das hat ziemlich übel vielleicht kann es noch so ich such das Totem ja mhm scheiße aber der andere muss irgendwie gerettet werden aber das kannst du auch nicht machen jetzt ne nö wo bist denn du grad er versucht mich zu erwischen und ich krieche Richtung Ausgang achso du bist am Boden fuck wo ist das Bumms Totem ey da oben fuck du wirst mich niemals finden in dieser Ecke niemals wirst du mich finden ich versuchte gerade irgendwo drüber zu springen ist der echt gestorben oder was ja versuchte irgendwo drüber zu springen weil ich dachte ich kann mal drüber springen dabei war da null Anzeichen für richtig schlecht Gott ewig nie mehr gespielt damals wieder zack schlecht seht ihr hier voll den Jen Rush und dann ist bei deinem Tor irgendjemand ne 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 aber er ist hier schön hier rum berzen also wenn er wenn er das andere aufmacht ich weiß er hat nicht gesehen er hat nicht gesehen gerade ich weiß nicht wo das andere ist ne weiß ich auch nicht was macht die andere hey warum kann ich eigentlich nicht aufstehen ich hab doch eigentlich hier diesen Johnny Johnny dachte ich ich muss nur einmal angetippt werden mhm schack jetzt verstehe ich jetzt aber echt nicht ich dachte eigentlich dass ich mein Perk kann ich einmal aufstehen wo ist denn die andere wo ist denn die andere die rennt grad zu mir die rennt grad zu mir ja und zu mir wird mich hochheilen wir machen den Ausgang auf sieht nicht so aus wird sie dich hochheilen ne irgendwie nicht irgendwie macht sie den Ausgang nur auf macht sie jetzt echt auf okay wir kommen dich retten und jetzt aber ich komme zum und jetzt kommt ich kenne zu dir kannst du dich nicht hochheilen Doch, aber ich rette dich Halt dich doch erstmal schnell hoch Ich hab ja dann eh geliehene Zeit Dann kannst du nämlich tanken Weil sie wird jetzt abhauen Weil sie ist verletzt worden Gott, wie lange dauert denn das noch? Soll ich dich halten? Nee Ich hab doch noch geliehene Zeit Jetzt musst du für mich tanken Bist du Okay Okay, ohne raus Das werde ich nicht schaffen, oder? Nee Schade, ich dachte, der schlägt mich noch Ich dachte, der schlägt mich Und was war jetzt mit deiner geliehenen Zeit? Warum denkst du? Das ist doch nicht geliehene Zeit Das ist doch das, was jeder hat Das war Ich hätte da gar nicht tanken müssen Ich weiß nicht, was er macht Er lässt mich irgendwie los Vielleicht will er dich morien Kann er nicht Warum nicht? Aus den Händen rausgeglitscht Guck mal, du flüchtest zu langsam Habe ich jetzt nicht verstanden Warum er das gemacht hat Aber warum konntest du jetzt auf einmal so schnell gehen? Das war doch noch nicht voll, oder? Der Balken war doch noch nicht voll Bei mir war er voll Ja, war er Ja, von mir war er voll War er voll Das ist Bodenluke hier So ein Scheiß Die Bodenluke Das kann ja nichts werden Nee, ich dachte ehrlich gesagt Das ist das Ding, das ich einmal aufstehen kann Boah, war ziemlich kacke Runde Aber irgendwie war es interessant Wir stempeln es aber als Interessant Das ist das Ding, 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 das